Hey, na? Du hast dich schon immer gefragt, wie das wohl wäre, eine eigene Firma zu haben und was da alles dazugehört? Nehmen wir an, du hättest eine Pizzeria. Du müsstest dich also ums Personal kümmern, es einstellen und einteilen, die Betriebsabläufe steuern und verwalten, Rohstoffe einkaufen und auch fertige Produkte verschicken. Und natürlich einen gewissen Standard einhalten, der die Qualität sichert. Klingt nach ganz schön viel Arbeit, oder? Doch, jeder fängt mal klein an. Mit einer Ausbildung als Industriekaufmann bzw. Industriekauffrau erhältst du einen tiefen Einblick in alle Bereiche und wirst darauf vorbereitet, nach und nach mehr Verantwortung zu übernehmen. Absolvierst du deine Ausbildung bei Berlin Chemie, einem traditionellen Unternehmen, das über alle kaufmännischen Bereiche eines Industriebetriebes verfügt, kannst du dich auf eine ausgesprochen vielseitige und sehr abwechslungsreiche Ausbildung freuen. Berlin Chemie ist, anders als der Name vermuten lässt, ein Pharmaunternehmen. Sie stellen Arzneimittel verschiedener Darreichungsformen her, forschen und vertreiben pharmazeutische Produkte. Hier ist äußerste Präzision und eine hohe Verantwortung gefordert, denn hier geht es um die Gesundheit der Bevölkerung. Die Pharmaindustrie benötigt zur Produktion Wirkstoffe, Rohstoffe, Maschinen und Arbeitskräfte. Hierzu gehören auch die Logistik, die Planung und Steuerung der Fertigung. Die Produktionsmittel werden eingekauft, beordnet und verwaltet. Und die fertigen Produkte werden beworben, verkauft und der Absatzmarkt wird gesichert. Wer gut in Mathe, Englisch und Deutsch ist, ist übrigens klar im Vorteil. Denn viele Businessgespräche mit internationalen Kunden laufen bei Berlin Chemie auf Englisch. Industriekaufleute werden jedenfalls zu echten Allroundern ausgebildet. Und für alle, die noch weiter auf der Karriereleiter nach oben steigen möchten, gibt es nach erfolgreich absolviertem IHK-Abschluss auch noch zahlreiche Weiterbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Oder du könntest sogar über ein berufsbegleitendes Studium, zum Beispiel als Betriebswirt, nachdenken. Na, wäre das nicht was für dich? Wenn du noch zusätzlich über ein großes Organisationstalent verfügst, bereits mit den gängigen Office-Programmen vertraut bist und mit Tabellen und Co. umgehen kannst, wird deine Bewerbung mit Freude empfangen. Und auch für das leibliche Wohl ist bei Berlin Chemie gesorgt. Die Mittagspause verbringen die Mitarbeiter nämlich in der Casa BC. Mit abwechslungsreicher, gesunder und oft italienischer Küche. In der hauseigenen Kaffeebar mit Barista kann man sich sogar von vielfältigen Kaffeespezialitäten verwöhnen lassen. Oder bekommt eine große Anzahl an Heißgetränken und Snacks serviert. Mh, lecker. Appetit bekommen? Dann schnell die Bewerbungsunterlagen fertig machen und versenden. Die Personalabteilung von Berlin Chemie wartet bereits sehnsüchtig. Und wir drücken dir die Daumen. Arrivederci und ciao, ciao.